ja herzlich willkommen leute zu einer weiteren folge des mod editors heute ist natürlich wie immer der liebe timo auch wieder dabei hallo und ja leute heute werden wir als logischen nächsten schritt über die ki lanes sprechen und da das letzte video jeder der es von euch gesehen hat er hat bemerkt das ganze gegen 50 minuten im nachhinein die wo ist uns da auch aufgefallen das war vielleicht ein bisschen zu viel auch ein bisschen zu lang deswegen jetzt schon mal vorab wir werden über die ki lanes sprechen das ist natürlich dann auch wieder ein riesenthema was wir dann jetzt einfach ja dann in mehrere teile ja aufsplitten werden dass sie auch da jetzt schon vorab bescheid wisst und in diesem video ja werden wir einfach den den ersten schritt machen so machen wir das passt das so team macht super dann ja wie immer timo du bist der experte thema ki lanes was ist da jetzt der erste schritt genau wenn wir mit ki lanes anfangen wollen dann müssen wir uns natürlich erst mal das entsprechende blueprint suchen das findet ihr hier in content gameplay traffic ja dann ist das bp traffic lane berlin und das ziehen wir uns dann einfach mal rein das sieht dann so aus ich mache es hier mal wieder ein bisschen vollbild so dann können wir die spline punkte die ihr hier seht einfach anklicken und entsprechend verschieben im prinzip genau dasselbe wie mit denen mit den splines aus dem straßenbau alle shortcuts funktionieren da genauso mit der taste m können wir wieder die tangenten anpassen mit gedrückter alt taste und raus ziehen können wir einfach einen neuen punkt erstellen auftrennen mit der taste v und auch dasselbe wieder dann mit der taste b wieder verbinden so dass es wieder eins bleiben ist also im prinzip alles so wie immer okay also jetzt auch noch mal vorab ich weiß das ist oder sollte eigentlich klar sein aber dadurch dass diese tutorial reihe natürlich auch für die absoluten anfänger ist also generell ki lanes sind einfach vereinfacht gesagt linien wo dann ja der ki oder die ki traffic dann lang fährt genau richtig die brauchen einfach irgendwie eine information wo soll welcher typ lang fahren wie viele sollen wo lang fahren und so weiter und so fort und dieses ganze und so weiter und so fort das wird dann wahrscheinlich in den nächsten teilen etwas mehr besprochen ok gut ja dann würde ich sagen das war jetzt mal kurz und bündig der der einstieg in die ki lanes und ja wir sehen uns dann gleich im nächsten teil tschau